Alarm im Ohrenland Eine fantastische Geschichte von Georg K. Berres, gelesen von Nico Sablik Urgroßvaters Taschenuhr Jonas schaut auf das Display seines Handys. Es ist genau 14.26 Uhr, als Tante Marlies klingelt, um ihn abzuholen. Jonas darf nämlich übers Wochenende aufs Land. Zu Tante Marlies, der Schwester von Mama, und ihrem Mann Onkel Erwin. Seine Eltern haben keine Zeit. Mama muss arbeiten, Papa muss arbeiten. Onkel und Tante wohnen in einem kleinen Häuschen am Rande eines Dorfs. Er ist Landarzt und sie übersetzt Bücher aus fremden Sprachen ins Deutsche. Die Fahrt mit Tante Marlies Auto dauert knapp eine halbe Stunde. Dann sind sie da. Onkel Erwin öffnet die Haustür. Hey, du bist aber groß geworden, wundert er sich. Komm rein! Jonas läuft den endlosen Flur entlang, vorbei an der Standuhr, die immer noch größer ist als er selber. Sie ist sogar größer als sein Onkel. Zur Begrüßung schlägt sie dreimal. Jonas guckt auf sein Handy. Es ist 15 Uhr. Die Küchentür steht offen. Auf dem Tisch warten ein Schinkenbrot und ein Glas Milch. Na, hungrig? Fragt Tante Marlies. Jonas setzt sich und greift zu. Alles ist genau wie bei den früheren Besuchen, wenn er mit Mama und Papa herkam. Wie es sein soll. Erinnerst du dich noch an den Uropa? Fragt Onkel Erwin unvermittelt. Ja klar, antwortet Jonas. Das ist der alte Mann, der hier gewohnt hat und letztes Jahr gestorben ist. Der mit den weißen Hemden und der dunklen Weste drüber. Wir haben seine Sachen aufgeräumt und das hier gefunden. Onkel Erwin streckt Jonas seine Hand hin. Eine Uhr liegt auf seiner Handfläche. Rund, flach, mit weißem Ziffernblatt und mit seltsamen Zeichen. Am oberen Rand hat sie ein Rädchen und sie besitzt eine lange Kette. Vielleicht magst du sie behalten, zur Erinnerung. Die Zeichen, das sind römische Zahlen, erkennt Jonas auf einen Blick. Das ist seine Taschenuhr, sagt Tante Marlies und schluckt. Die hat dein Großvater ständig in der Westentasche getragen und mit der Öse am Ende der Kette hat er sie an einem Knopfloch befestigt. Die läuft ohne Batterie, erklärt Onkel Erwin. Man muss sie per Hand aufziehen, hier oben am Rädchen. Er lässt die Uhr an ihrer Kette in Jonas' geöffnete Hand gleiten. Jonas bestaunt das kostbare Geschenk, dreht es um. Der rückseitige Deckel lässt sich öffnen. Drinnen bewegt sich eine Reihe von Zahnrädern und Rädchen. So was hat er noch nie gesehen. Eine Uhr, die lebt. Behutsam schließt Jonas den Deckel und legt die Taschenuhr hinter sich aufs Fensterbrett. Zwischen den Topfen mit dem Basilikum und dem mit der Brunnenkresse. Er holt sein Handy aus der Hosentasche. Das zeigt auch die Zeit. Aber so, dass ich sie direkt lesen kann. Jetzt ist es 15.04 Uhr. Der Onkel runzelt die Stirn. Jonas holt aus. Und es kann auch viel mehr. Ich kann mit meinem Handy telefonieren. Ich kann mir Spiele holen. Sumpfhuhnjagd oder Schlapp den Schnapp. Oder Kamelrennen durch die Sahara. Ich kann nach dem neuesten Film fragen im Kinderkino. Ich kann Quiz. Ganz knifflige Fragen kann ich beantworten. Pass mal auf. Jonas tippt ein paar Buchstaben. Schon klar, unterbricht Tante Marlies. Dein Handy ist zu tausend Sachen fähig. Aber nicht jetzt. Iss erstmal dein Brot auf, trink das Glas leer. Jonas steckt das Handy zurück in die Tasche. Einverstanden. Die Nacht der Zeitumstellung Den Rest des Nachmittags verbringt Jonas damit, sich wieder mit der Gegend vertraut zu machen. Durch das Dorf zu laufen, über die Felder zu stromern und Steine in den Bach hinterm Haus zu werfen. Beim Abendbrot fragt Onkel Erwin, Weißt du eigentlich, was für ein Datum heute ist? Jonas schaut hoch von seiner Tasse Holunderblütentee. Klar, winkt er großspurig ab. Heute Nacht wird die Zeit umgestellt. Von Winter auf Sommerzeit. Stimmt, antwortet Onkel Erwin. Weißt du aber auch, ob dabei die Uhr vor- oder zurückgestellt wird? Die Uhr wird vorgestellt. Die Nacht hat eine Stunde weniger. Hast du schon mal beobachtet, wie sich die Zeiger der Uhren, die automatisch ihr Funksignal bekommen, rasend schnell verstellen, wenn der Zeitpunkt der Zeitumstellung gekommen ist? Nein, das hat Jonas noch nie gesehen. Aber nur, weil Zeitumstellung immer mitten in der Nacht ist. Das finde ich gemein. Onkel Erwin nickt. Damit tagsüber keine Arbeitszeit verloren geht. Oder dass keine Schulstunde ausfällt, aber dagegen hätte ich nichts. Onkel Erwin lacht. Das glaube ich gern. Jonas schaut von Onkel zu Tante. Habt ihr denn eine Funkuhr, die in der Nacht ihre Zeiger verdreht? Fragt er vorsichtig. Er würde sich das ungewöhnliche Schauspiel gerne ansehen. Er ist sich bloß nicht sicher, ob man ihm das erlaubt. Tante Marlies weist auf die viereckige Uhr mit dem elfenbeinfarbenen Plastikrahmen, die über der Tür an der Wand hängt. Unsere Küchenuhr ist funkgesteuert. Die stellt sich von selber um. Alle anderen Uhren im Haus müssen wir morgen per Hand richten. Siehst du, meint Onkel Erwin amüsiert. Das ist der Nachteil bei deinem Handy. Da erscheinen in der Digitalanzeige einfach von einer Sekunde zur nächsten andere Zahlen. Da dreht sich nichts im Kreis. Es ist neun Uhr. Zeit schlafen zu gehen, mahnt Tante Marlies. Marsch ab ins Bett. Und nicht, dass du mir auf die Idee kommst, heute Nacht um zwei die Zeitumstellung miterleben zu wollen. Verstehen wir uns? Jonas nickt stumm. Wenn Jonas bei Onkel und Tante übernachten darf, bekommt er immer das Zimmer ihres Sohnes Klaus. Der ist längst ausgezogen und studiert im Ausland. Jonas zieht den mitgebrachten Zebraschlafanzug an, steckt die Füße in seine Lieblingspantoffeln, die mit dem grellen Tigermuster, und schlurft ins Bad, um sich die Zähne zu putzen. Als er sich im Spiegel betrachtet, grinst er. Ja, er ist entschlossen, sich heute Nacht die Zeitumstellung anzugucken. Die Gelegenheit dazu ist einfach super günstig. Also stellt er die Wegfunktion seines Handys auf 1.50 Uhr und legt es auf das Tischchen neben dem Bett. Jetzt wird er das Ereignis nicht verpassen. Beruhigt dreht er sich auf die Seite und ist im Nu eingeschlafen. Bis eine nebulöse Unruhe ihn ergreift und weckt. Er schlägt die Augen auf. Totale Schwärze. Seine Finger tasten nach dem Handy, finden es und führen es nah an die Augen. 1.48 Uhr leuchtet es vom Display. In zwei Minuten gibt der Wecker Bescheid. Jonas schaltet den Alarm ab. Er will nicht, dass sein Onkel oder seine Tante aufwachen und mitkriegen, dass er mitten in der Nacht in ihrem Haus herumgeistert. Vorsichtig deckt er sich auf, schwingt die Beine über den Bettrand und setzt die Füße einen nach dem anderen auf den Teppich. Mit den Zehenspitzen sucht er nach seinen Pantoffeln, schlüpft hinein. Als er aufsteht, kann er ein leises Knarren des Bettgestells nicht verhindern. Er erstarrt und horcht. Das Haus bleibt ruhig. Weiter. Er tastet sich die Wand entlang, vorbei am Fenster zur nächsten Wand. Endlich erreicht er die Schlafzimmertür, drückt behutsam die Klinke, öffnet die Tür und schlüpft hinaus. Durch ein Fenster fällt das Licht einer Straßenlaterne herein in den Flur. Jetzt kann er mehr erkennen. Flink schleicht er zur Treppe und steigt hinab ins Erdgeschoss. Aufatmend drückt Jonas die Küchentür hinter sich ins Schloss und schaltet das Licht an. Blinzelnd schaut er sich um. Über der Tür hängt die elektrische Küchenuhr. Der Minutenzeiger hat drei Minuten vor zwölf. Der Zeiger, der die Stunden verkündet, steht kurz vor der zwei. Und der Sekundenzeiger ruckelt über die Scheibe. Dreimal noch wird er die zwölf berühren, dann ist es soweit. Tick, tick, tick. Da ertönt ein krächzendes Geräusch, wie wenn jemand sich räuspert. Jonas glaubt seinen Namen zu hören, wendet den Kopf. Doch keiner sonst ist im Raum. Er schaut wieder hoch zur Uhr. Ein Uhr achtundfünfzig. Jonas. Jetzt hat er die Stimme deutlich verstanden. Sie hat ihn gerufen. Wer ist das? Jonas richtet den Blick auf die Hängeschränke, denn von irgendwo oben klang es zu ihm herunter. So scheint es ihm. Hier, ich. Halt es durch den Raum. Ich spreche mit dir. Der durchsichtige Plastikdeckel der Küchenuhr öffnet sich. Ja, ich bin es. Klingt es jetzt eindeutig aus ihrer Richtung. Die Uhr spricht? Zu ihm? Jonas muss sich am Tisch festhalten, um nicht umzukippen vor Erstaunen. Gibt es sowas? Er will antworten, will fragen, aber bringt keinen Ton raus. Jonas. Er stellt einen Stuhl vor die Tür, klettert hinauf und schaut der Küchenuhr direkt aufs Ziffernblatt. Was ist? fragt er bebend. Was willst du von mir? Die Einladung der Küchenuhr Gratuliere, sagt die Küchenuhr. Ihre Stimme klingt mit Hallen. Du hast es geschafft, zur rechten Zeit am richtigen Ort zu sein. Wieso? fragt Jonas ahnungslos. Die Küchenuhr bewegt sacht ihren Sekundenzeiger weiter. Du hast die Chance, eine Stunde im Ohrenland zu verbringen. Du kannst mit allen Ohren dort reden, denn auch sie haben in dieser Zeit die Gelegenheit zur Kommunikation miteinander. Jonas schüttelt den Kopf. Aber es gibt keine Zeit zwischen Winter und Sommer. Die Zeit wird eine Stunde vorgestellt. In der Realität existiert diese Stunde nicht, erläutert die Küchenuhr geduldig. Du hast recht, aber im Ohrenland gibt es diese 60 Minuten zwischen 2 und 3 Uhr. Wow, das will ich sehen, da will ich hin. Na los, führ mich ins Ohrenland. Gut, dass du selber diese Entscheidung fällst, denn es gibt noch einen anderen dringenden Grund, warum du dorthin solltest. Ach, und warum? Weil, nun, ich fürchte, die Küchenuhr klingt bedrückt, ich fürchte, du hast die Taschenuhr deines Urgroßvaters gekränkt, irgendwie. Ihr Selbstvertrauen hat gelitten. Als ich sie zuletzt sah, schmollte und schimpfte sie. Du solltest unbedingt mit ihr reden. Mit ihr reden? fragt Jonas verwirrt. Und was sollte ich ihr sagen? Ich weiß auch nicht, was Aufmunterndes vielleicht. Der Sekundenzeiger der Küchenuhr rückt ganz nach oben, steht senkrecht, verharrt genau über der 12. Der mittellange Minutenzeiger zieht nach. Tick, es ist 1.59 Uhr. Noch eine Minute. Wo steckt die Taschenuhr denn? Jonas wendet den Kopf und blickt hinunter aufs Fensterbrett. Zwischen den Kräutertöpfen liegt sie nicht. Er schaut sich um. Anrichte, Kühlschrank, nirgendwo sieht er sie. Sie ist weg. Sie ist rüber ins Uhrenland, erklärt die Küchenuhr. Und wo ist das? Jonas wird ein wenig mulmig. Geh raus in den Flur. Beeil dich, der Zugang öffnet sich zur vollen Stunde, aber nur für einen kurzen Moment. Jonas steigt vom Stuhl, schiebt ihn beiseite, öffnet die Küchentür und tritt hinaus in den Flur. Das Licht aus der Küche beleuchtet die mächtige Standuhr. Leider kann ich dich nicht begleiten, ruft ihm die Küchenuhr durch die offenstehende Tür hinterher. Ich bin zu sperrig, aber ich denke an dich und wünsche dir viel Glück. Erwartungsvoll steht Jonas vor der riesigen Standuhr im Flur. Hoch oben über seinem Kopf schimmert das Ziffernblatt im Halbdunkel. Noch 30 Sekunden bis 2 Uhr. Vor seiner Nase die gläserne Tür. Dahinter, im Uhrenkasten, bewegt sich das Pendel, der lange, goldfarbene Metallstab mit dem Gewicht am Ende. Hin und her schwingt es, sonst geschieht nichts. Jonas wird nervös. Er späht nach rechts und links ins Dunkel des Hausflurs. Da tut sich absolut nichts. Wo ist denn jetzt der Eingang ins Uhrenreich? flüstert er über die Schulter. Die Uhr in der Küche bleibt stumm. Keine Angst, raunt aus der Tiefe des hölzernen Uhrenkastens vor ihm eine dunkle Stimme. Du sprichst auch? Wundert sich Jonas. Natürlich, antwortet die Standuhr. Heute ist die Nacht der Nächte, da reden alle Uhren. Aber du... Bisher war ich für dich mit meiner Größe nur eine Art Möbel, nicht wahr? fragt die Standuhr sanft. Aber ich bin ebenfalls ein Zeitmesser. Und das sogar schon ziemlich lange. Über 100 Jahre. Das hättest du nicht gedacht, wie? Jonas schüttelt beeindruckt den Kopf. Ich bin der geheime Zugang zum Uhrenland. Öffne meine Tür. Nicht so laut, zischt Jonas entsetzt. Sonst werden Onkel und Tante wach. Die wachen nicht auf, beruhigt ihn die Uhr. Komm, mach. Dir bleibt nicht viel Zeit. Mit einem Ruck zieht Jonas die Glastür an der Vorderseite des Uhrengehäuses auf. Wuchtig bewegt sich das Pendel hin und her. Du musst den richtigen Moment abpassen, um das Pendel zu passieren. Aber wohin? Hinter dem Pendel herrscht eine unerforschliche Schwärze. Da müsste sich doch die Hinterwand des Uhrengehäuses befinden. Dahinter ist der Eingang zum Uhrenland. Kommt die Erklärung aus dem Bauch der Standuhr. Vertrau mir und geh. Jonas zögert. Soll er sich auf dieses Abenteuer wirklich einlassen? Es reizt ihn schon. Angespannt verfolgt er den Gang des Pendels mit den Augen. Hin und her. Jetzt nicht. Jetzt nicht. Jetzt nicht. Deng. Deng. Schlägt dröhnend das Uhrwerk. Genau zwei Uhr. Jetzt. Jonas macht einen entschlossenen Schritt in die Uhr hinein, bückt sich vorbei am seitwärts ausschlagenden Gewicht, huschdurch. Das zurückschwingende Pendel streift seinen Ärmel, doch da ist er schon ins Dunkel eingetaucht. Die Glastür hinter der Standuhr fällt geräuschlos hinter Jonas zu. Der Hausflur ist leer. Eine Schule für Wecker. Jonas tappt durch einen schmalen Gang. Der ist in ein schummriges Licht getaucht, das von überall herzukommen scheint. Die Seiten werden begrenzt von glatten, durchscheinenden Wänden, hinter denen sich stumm Zahnräder unterschiedlichster Größe drehen und ineinandergreifen. Staunend setzt Jonas ein Fuß vor den anderen. Wandere ich durch die Wand? fragt er sich. Ich bin doch noch im Haus von Onkel und Tante. Oder stecke ich schon in einer anderen Welt, in einer anderen Dimension? Im Uhrenland? Aber wo sind hier die Uhren? Der Gang mündet in eine riesige Halle. Ein lautes, vielstimmiges Ticken drängt sich in Jonas' Ohren. Tick, tack, tick, tack, tick, tack. Überall ragen hohe Säulen aus dem Boden auf. Schnell erkennt Jonas, dass er keine Säulen vor sich hat, sondern lauter Ohren. Als erstes trifft er auf eine altmodische Standuhr, viel schlanker als die im Flur, und von oben bis unten voller Schnörkel und Verzierungen. Jonas bleibt stehen und bestaunt die ungewohnte Aufmachung. Eine Uhr mit Tattoos hat er noch nie gesehen. Ein Fass mit Zahlen und Zeigern in einer Vertiefung an der Seite rollt heran und zerquetscht ihm beinahe die Füße. Hey, pass auf! Jonas springt gerade noch aus dem Weg. Die nächste Standuhr, der er begegnet, trägt auf ihrem breiten Rücken eine Kuckucksuhr aus dunklem Holz. Das Türchen über dem Ziffernblatt steht offen. Jonas starrt genauer hin. Aus der Türöffnung strahlt ihn ein Augenpaar neugierig an. Hallo? Kuckuck schallt es ihm entgegen und schon flattert der Kuckuck heraus aus seiner Uhr, umrundet mit kräftigem Flügelschlag Jonas' Kopf, schreit noch einmal Kuckuck und flattert davon. Hey! Jonas ist verblüfft. Abhauen, das gilt nicht! Er überlegt. Na gut, Kuckuck, einen kleinen Ausflug kannst du dir schon erlauben. In spätestens einer Stunde aber musst du zurück sein. Eine schneeweiße Tankzapfsäule mit Benzinuhr stellt sich ihm in den Weg. Junger Freund! Quatscht sie ihn an. Wie wär's mit einem Schluck Diesel? Ab 10 Liter gibt's Sammelpunkte und für Sammelpunkte gibt's Modellautos und dafür gibt es passende Boxen. Wie viel möchtest du haben? 10, 20, 30 Liter? Puh, Jonas wischt sich das Gesicht ab, denn die Tankzapfsäule hat eine sehr feuchte Aussprache. Nein, danke, brauch ich nicht. Ich bin zu Fuß unterwegs. Beleidigt zieht die Zapfsäule ab. Eine ganze Batterie großer, viereckiger Reklametürme mit Normaluhren im oberen Viertel poltert heran, dicht gedrängt und umringt Jonas. Können wir dir helfen? Können wir dir helfen? Wir helfen? Wir helfen? 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 Fragen sie in höllischer Lautstärke. Im Chor zu sprechen, müsst ihr aber noch üben, üben, üben. Möchtest du die genaue Zeit wissen, 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 Zeit wissen? Danke, was ich dringender brauche, ist eine Auskunft. Ich bin auf der Suche nach Urgroßvaters Taschenuhr. Habt ihr sie getroffen? Taschenuhr, 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 Taschenuhr? Geht die Frage durch die Reihen. Dann sprudeln die Antworten. Aber ja, aber nein, die ist hier nicht durchgekommen. Ja, nein, vielleicht hab ich sie übersehen. Hier ist schon lange keine mehr gewesen. Jonas hält sich die Ohren zu. Ich muss raus aus diesem Gedröhnen, sagt er sich. Sonst werde ich noch taub von dem Lärm. Außerdem frage ich lieber jemanden, der wirklich was weiß und nicht bloß die aktuelle Zeit kennt. Wiedersehen! Jonas schlängelt sich zwischen den Reklametürmen hindurch und macht sich aus dem Staub. Und trifft auf eine Parkuhr, die grässlich rattert. Bitte nachzahlen, fordert sie Jonas auf. Deine Parkdauer ist eindeutig überschritten. Nachzahlen bitte! Andernfalls erwartet dich eine kostenpflichtige Verwarnung. Bitte nachzahlen! Ich denke ja nicht dran. Dann entgegnet Jonas und huscht weiter. Was war das denn jetzt, fragt er sich. War das etwa ein Urwald? Jonas muss selber lächeln. In der Ferne wuselt irgendwas im großen Kreis am Boden herum. Was kann das sein, wundert sich Jonas. Eine Herde Schafe? Hier? Als er näher kommt, erkennt er es. Eine bunte Schar handlicher Weckerchen hat sich um einen fetten roten Wecker versammelt. Alle möglichen Sorten und Modelle sieht er. Einen traditionellen Standardwecker mit kleinen Metallfüßchen und einer Glocke auf seinem runden, aufrecht stehenden Gehäuse. Ein Wecker in der Form eines Hahnes, der sich ja mit einem schrillen Kikiriki weckt. Ein viereckigen Reisewecker, der sich zu einer Schatulle zusammenfalten lässt, jetzt aber in voller Größe aufgebaut dasteht. Und viele, viele mehr. Alle haben sie unterschiedliche Farben und Ausmaße. Gerade wendet sich der fette rote Wecker an ein Plastikradio mit seitlichem Ziffernblatt. Kon-Tiki, fragt er. Wie lange klingelst du am Morgen? Das Plastikradio quiekt. Drei Minuten klingel ich. Der fette rote Wecker schaut ernst über seine Herde. Drei Minuten? Ist das korrekt? Was meinen die anderen? Der Standardwecker meldet sich mit einem zarten Klingelton. Nein, antwortet er. Wir klingeln keine drei Minuten, wir klingeln länger. Und zwar wie lange? So lange, bis wir abgestellt werden. Richtig, Standi, genau so ist es. Bestätigt der fette rote Wecker. Hergehört. Ihr dürft auf keinen Fall die Geduld verlieren und von selber aufhören. Wecken ist nämlich unsere Lebensaufgabe. Denkt daran, wenn ihr drüben in der Realität der Lebewesen landet. Geklingelt wird bis zum Abstellen. Kapiert, Kon-Tiki? Ja, kapiert. Nickt das Plastikradio. Und was ist mit der Schlummertaste? Piepst ein imitiertes Rokoko-Weckerlein vorwitzig. Was mit der Schlummertaste ist, das kriegen wir in der nächsten Stunde. Antwortet der fette rote Wecker. Moment mal. Jonas wagt sich zu melden. Ich hab auch eine Frage. Was bist du denn für einer? Ruft der fette rote Wecker aufgebracht. Du störst meinen Unterricht. Alle kleinen Wecker schrecken auf und scharen sich wie junge Küken nahe um ihren Lehrer. Entschuldigung, meint Jonas zaghaft. Ich wollte nicht stören und ich wollte auch keinen erschrecken. Ich bin nur ein Junge und ich suche eine Taschenuhr. Taschenuhr? Der fette rote Wecker verneint. Das ist die Grundschule. Hier werden Weckerwelpen ausgebildet zu richtigen Weckchronometern. Hier haben Taschenuhren nichts verloren. Und du genauso wenig. Überhaupt. Was sucht ein Junge wie du im Uhrenland? Na hör mal. Mit feurigem Blick schaut Jonas hinunter auf den fetten roten Wecker. Die Küchenuhr von meinem Onkel und meiner Tante, die hat mich eingeladen. Persönlich. Ins Uhrenland. Weil ich nämlich zur rechten Zeit im richtigen Moment da war. Jawohl. Und jetzt bin ich hier und hier bleibe ich auch. Erstmal jedenfalls. Warum sagst du das nicht gleich? Murmelt der Wecker ein bisschen zugänglicher. Das kann ja kein Wecker ahnen. Hast du nun die Taschenuhr gesehen oder nicht? Wiederholt Jonas seine Frage. Ich habe eine Taschenuhr gesehen. Die kam hier lang und die war stinkesauer. Erklärt der Wecker. Rötchen, Rötchen, dachte ich noch bei mir. Ich will verstellt sein, wenn die nicht irgendetwas vorhat. Was denn? Will Jonas wissen. Keine Ahnung. Erwidert der Wecker. Sie war gleich vorbei. Dort lang. Die Weckerchen um ihn herum summen und surren. Dort lang? Jonas zögert. Was gibt's denn in der Richtung? Das findest du bei Zeiten schon selber raus, antwortet der fette rote Wecker gut gelaunt. Mehr verrate ich nicht. Wir sind alle auf der Welt, um uns überraschen zu lassen. Jonas dreht sich in die angewiesene Richtung und marschiert los. Hinter ihm tuschelt und wispert es. Das Einzige, das er versteht, sind die angstvollen Worte eines kleinen Weckers. Also ich würde mich allein nicht dahin trauen. Die Warnung der Taucheruhr. Musik schwebt durch die Luft. Laut, rhythmisch. Kirmesmusik. Beschwingt dreht sich Jonas mit und tanzt mit geschlossenen Augen auf der Stelle. Als er die Lieder öffnet, findet er sich umringt von Armbanduhren. Tausende scheinen es zu sein, die ihn von allen Seiten einkreisen und sehnsuchtsvoll rufen. Ein Arm, gebt uns einen Arm. Er kann ruhig speckig oder haarig sein, Hauptsache ein Arm. Eine silberne Damenuhr mit Metallarmband und Glitzerstein setzt sich auf seinen linken Pantoffel und säuselt. Hast du eine Schwester? Du musst mich mitnehmen für deine Schwester. Hier, schau. Ich habe einen exklusiven Spangenverschluss mit sechs Monaten Garantie und einen kratzfesten Mineralglasdeckel. Bin ich nicht hübsch? Nimm mich mit. Eine massive Herrenuhr mit Edelstahlband im Autoreifendesign schiebt sie zur Seite und schnarrt. Ich bin die richtige Uhr für dich, Junge. Alle in deiner Schulklasse werden dich beneiden. Ich bin ein erwachsenes Präzisionsmodell in limitierter Auflage. So attraktiv, wie du es dir nur erträumen kannst. Jetzt betrachte bloß mal mein entspiegeltes Saphirglas. Na, zieh mich ruhig mal an. Probeweise. Trau dich. Eine winzige, viereckige Kinderuhr mit einem Plastikarmband voller Comicbilder schlenkt sich um Jonas' Fußgelenk. Nimm mich mit. Bitte nimm mich, ruft sie flehend. Zum Sonderpreis von 3,99 Euro nur heute. Nein, sagt Jonas entschieden und streift sie von seinem Bein und schiebt auch die anderen Uhren runter von seinen Pantoffeln. Lasst mich in Ruhe. Große Schritte muss er machen, um nicht auf eine der Uhren zu treten, die von allen Seiten herandrängen und an den Beinen hochklettern wollen. Gib mir deinen Arm, nimm mich. Ich bin die richtige Uhr für dich. Hier, hier, ich. Weg da, ruft Jonas und fegt die aufdringlichen Damen, Herren und Kinder Armbanduhren zur Seite. Weg da, ich mag nicht. Keine von euch. Verschwindet. Eigentlich möchte er schon eine repräsentative und teure Armbanduhr tragen, aber zwingen lässt er sich nicht. Außerdem hat er ja ein Handy. Doch da fällt ihm ein, dass er das neben dem Bett auf dem Tischchen liegen gelassen hat. Trotzdem, er will nicht unter Druck gesetzt werden und beeilt sich, dem Uhrenjahrmarkt zu entkommen. In der hinteren Hallenwand entdeckt er zwei Öffnungen, die anscheinend hinausführen. Eine links und eine rechts. Jonas überlegt nicht lange, er nimmt die linke. Ein schmaler und niedriger Gang engt ihn ein, biegt immer mal wieder im rechten Winkel ab und geht dann wieder lange geradeaus, bis er im rechten Winkel weiterläuft. Plötzlich wartet ein Ausgang auf ihn und schon steht Jonas erneut in einer Halle. Vor ihm wogt eine Horde von Armbanduhren auf und ab. Nimm mich, nimm mich, ruft es vom Jahrmarkt der Uhren herüber in seine Richtung. Dein Arm will mich. Jonas ist im Kreis gelaufen. Überstürzt verschwindet er diesmal im anderen Gang, im rechten. Gefühlte zehn Minuten ist er unterwegs. Dann hat er ein merkwürdiges Gefühl an den Füßen. Er schaut hinab. Er tapst, plitsch, plitsch, durch eine Pfütze. Jonas bleibt stehen. Ich will nicht ins Wasserland, sagt er sich. Ich suche Urgroßvaters Taschenuhr. Die wird doch wohl nicht schwimmen gegangen sein. Das alte Ding ist bestimmt nicht wasserdicht. Möglicherweise bin ich auf dem falschen Weg. Zögernd platscht er ein paar Schritte weiter, aus dem schmalen Gang hinaus. Oh Mann, ein weitläufiger Saal liegt vor ihm. Quer hindurch zieht sich ein geradliniger, offener Kanal bis zum Rand mit Wasser gefüllt. Ein Wasserlauf im Uhrenland. Was soll das? Jonas tritt näher und bemerkt vor sich im Wasser einen Schatten. Er bückt sich und greift ins Nass. Merkwürdig fühlt sich das Wasser an. Samten und federleicht. Der Schatten schwimmt tiefer als vermutet. Jonas krempelt den Ärmel seines Schlafanzuges hoch und versenkt den Arm in ganzer Länge, spürt den Boden, sucht herum, berührt einen festen Gegenstand, ergreift ihn und zieht ihn aus dem Wasser. Eine Uhr. Was erwartet er auch anderes im Uhrenland? Reglos liegt die Uhr in Jonas' Handflächen. Schwer fühlt sie sich an. Kein Wunder, das Glas ist dicker als üblich. Aus der Seite ragen drei Knöpfe. Und im Ziffernblatt prangt nicht nur eine Digitalanzeige, zusätzlich existieren weitere Anzeigenfelder. Jonas ist beeindruckt. Hey, Uhr! Er schubst sie mit dem Zeigefinger an. Lebst du noch? Oder bist du ertrunken? Die Uhr zuckt. Puh, natürlich bin ich nicht ertrunken. Schließlich bin ich eine Taucheruhr mit Kompass, Höhendifferenzmeter und Timer. Außerdem bin ich wasserdicht bis zu einem Druck von 30 Bar. Das heißt, ich funktioniere noch in 300 Meter Wassertiefe. Ich habe nur versucht, einen neuen Tauchrekord aufzustellen. In dieser flachen Rinne? Es handelt sich um eine Tauch-Langzeitstudie, nicht um einen Tieftauchrekord. Aha, ähm, ich suche die Taschenuhr meines Urgroßvaters. Ist sie hier vorbeigekommen? Hast du sie gesehen? Eine Taschenuhr? Wiederholt die Taucheruhr. Deswegen sabotierst du meinen Rekordversuch? Jonas wird laut. Sabotieren? Es ist wichtig! Und die Zeit drängt, also sag schon! Stimmt. Knurrt die Taucheruhr. So eine war hier. Ja, und? Hast du mit ihr gesprochen? Nicht direkt, aber es kam mir so vor, als führte sie irgendwas im Schilde. Sie hatte so eine grimmige, verschlagene Art drauf. Pass lieber auf, wenn du sie triffst. Was genaueres kannst du mir nicht sagen. Nö, kann ich nicht. Erwidert die Taucheruhr trotzig. Und jetzt muss ich auch wieder an meinem Rekord arbeiten. Man braucht schließlich eine Aufgabe. Damit springt sie aus Jonas' Hand und gleitet hinab ins Wasser. So überraschend schnell, dass Jonas gar nicht protestieren kann. Schatten über der Sonnenuhr Der Saal mit dem Wasserlauf führt in eine Art Schlucht. Die Felswände links und rechts stehen so weit auseinander, dass Jonas bequem hindurchwandern kann. Über der Landschaft liegt mildes Dämmerlicht. Aus einem leisen Tick-Tack-Tick vernimmt er kein Geräusch. Einige Zeit schon ist er niemandem mehr begegnet. Das ist ja ein weiträumiges Land, hier denkt er gerade. Da dringt eine Stimme an sein Ohr. Hallo, ertönt es. Kannst du mir bitte helfen? Jonas dreht und wendet den Kopf. Keiner ist hinter ihm, ringsum auch nicht. Aber da, über seinem Kopf hängt etwas an der senkrechten Felswand. Ein Kranz aus silbernen Metallplättchen, die das Licht widerspiegeln. Und in dem Kranz ein unvollständiger Kreis, der aus Ziffern besteht. Ganz in der Mitte ragt eine Stange im krummen Winkel aus der Wand. Was bist du denn für eine? Ruft Jonas hoch. Ich? Kommt es verdutzt zurück. Na, ich bin eine Sonnenuhr. Hast du noch nie eine Sonnenuhr gesehen? Zugegeben, es existieren immer weniger von meiner Sorte, aber gesehen haben solltest du schon mal eine. Vielleicht, aber genau betrachtet habe ich sie nicht. Dann hast du jetzt ausgiebig Gelegenheit dazu, kommt die stolze Antwort. Sag mal, fährt Jonas fort, ist die Taschenuhr von meinem Urgroßvater hier vorbeigekommen? Oder weißt du sogar, wo sie hin ist? Ich suche sie nämlich. Keine Ahnung, aber kannst du mir nicht helfen? Wie soll ich dir helfen? Mein Zeiger ist verbogen. Wie ist denn das passiert? Weiß nicht. Jedenfalls kann ich mit dem schiefen Ding die Zeit nicht mehr präzise ansagen. Und das ist im Uhrenland existenziell. Bitte reparier mich. Reparieren? Fragt Jonas hinauf zur Sonnenuhr. Wie denn? Ich komme ja nicht mal an dein unterstes Plättchen. Du musst dem Zeiger nur eine kleine Neigung nach unten geben. Wie soll ich das machen? Es ist furchtbar simpel, erklärt die Sonnenuhr. Spring hoch und häng dich mit deinem ganzen Gewicht ran. Jonas schätzt die Höhe ein, geht in die Knie und hüpft hoch. Doch er verfehlt die Stange. Schon nicht schlecht, meint die Sonnenuhr. Versuch's mit einem Schritt weiter links. Jonas versucht es mit einem Schritt weiter links. Er springt, doch wieder greifen seine Hände ins Leere. Du musst einfach höher springen, schlägt die Sonnenuhr vor. Dann klappt das schon. Du hast leicht reden, brummt Jonas. Hängst da rum und lässt mich machen. Noch einmal, kommandiert die Sonnenuhr streng. Na los! Jonas geht in die Hocke, konzentriert sich und schnellt aus dem Stand hoch in die Luft. Ja, diesmal erreicht er die Stange und klammert sich mit beiden Händen daran fest. Jetzt musst du dich schwer machen, verlangt die Uhr. Wie soll das gehen? Ruft Jonas angestrengt. Denk an eine dicke Sahnetorte und wie du sie isst. Stück für Stück. Jonas versucht es. Zuerst fällt ihm nur eine Eiswaffel ein. Dann denkt er an Spaghetti mit Tomatensauce. Konzentriere dich, ruft die Sonnenuhr. Sonst wird das nix. Jonas überlegt und denkt und versucht sich eine richtig fette Torte vorzustellen. So eine wie seine Mama sie backt, mit vielen verschiedenen süßen Schichten und ordentlich Buttercreme drin. Und oben mit Schokosträuseln drauf. Die Stange, an der er hängt, sinkt sich knirschend. Halt! Halt! Ruft die Sonnenuhr alarmiert. Nicht so viel, hör auf! Jonas schaut nach oben. Ja, die Stange in der Mitte des Metallplättchenkreises ragt genau waagerecht aus der Wand heraus. Er lässt los. Erleichtert meint die Sonnenuhr. Das ging gerade noch gut. Hättest du meine Stange noch ein bisschen tiefer hinuntergezogen, würde ich sicher ein paar Minuten nachgehen. Aber so? Perfekt. Danke. Jonas erhebt sich. Nix zu danken, brummt er. Aber ist Urgroßvaters Taschenuhr hier nun vorbeigekommen? Eine Taschenuhr? So ein altmodisches Modell mit Kette dran? Genau. Ja, so ein Ding war hier, antwortet die Sonnenuhr. Die konnte mir aber nicht helfen. Überhaupt war die sehr mit sich selbst beschäftigt. Erzähl mal, drängt Jonas. Jonas. Die Sonnenuhr wird ernst. Bist du dieser Junge, der sie geschenkt bekommen soll? Jonas nickt beklommen. Die Sonnenuhr fährt fort. Die Taschenuhr fühlt sich total ignoriert von dir, sagte sie. Ihr früherer Besitzer hätte sie in Ehren gehalten und gepflegt und geputzt. Doch du? Du hättest sie nicht mal richtig angesehen, sondern gleich in die Ecke geworfen. Das ist nicht wahr, protestiert Jonas. Ich habe sie nur beiseite gelegt. Egal. Das würde sie sich nicht gefallen lassen, meinte sie. Und ich fürchte, sie plant Böses. Sie plant Böses? Sie will sich rächen. An dir und der ganzen Menschheit. An der ganzen Menschheit? Ist das nicht ein bisschen übertrieben? fragt Jonas zurück. Finde ich auch, entgegnet die Sonnenuhr. Aber das waren ihre Worte. Sie ist wohl ein bisschen überspannt. Was hat sie vor? Sie will das Uhrenland zerstören. Mit einer Bombe. Einer Zeitbombe. Wenn die die Zeit anhält, wird die Welt aufhören zu ticken. Jonas ist verblüfft. Mit einer Bombe? fragt er ungläubig. Woher weiß die Taschenuhr denn, wie eine Bombe gebastelt wird? Und wann soll sie hochgehen? Schlag drei Uhr heute Nacht, sagt die Sonnenuhr. Mit Beginn der Sommerzeit. Bis dahin ist es keine Stunde mehr, höchstens noch eine halbe. Bippert Jonas, fährt sich nervös mit der Hand durchs Haar. Und wo finde ich die Bombe? Mitten im Zentrum, vermutlich im Herzen des Uhrenlandes. Wie komme ich da hin? Immer geradeaus. Dann musst du irgendwann ein Level aufsteigen. Wo genau, weiß ich nicht. Das siehst du aber schon garantiert. Dann werde ich mich beeilen müssen, sagt Jonas und verabschiedet sich. Stimmt. Wir bleiben knapp 20 Minuten, wenn du sie unschädlich machen und Uhrenland retten willst, ruft die Sonnenuhr wedelt mit ihren Metallplättchen und wirft Jonas auf die Art und Weise ein paar aufmunternde Lichtstrahlen hinterher. Viel Glück! In der Sanduhr begraben. Wieder machen Geräusche Jonas auf das nächste Phänomen aufmerksam. Vor ihm auf dem Weg sitzt eine Gruppe elektrischer Eieruhren mit neonfarbenen Gehäusen. Zehn Stück oder ein Dutzend sind es und sie sehen sich alle ziemlich ähnlich. Eine grüne Eieruhr blickt ihre Kollegen scharf an. Sie hat ein Pokerface aufgesetzt. Na, was meint ihr? Fragt sie. Sechs Minuten, rät die lila Eieruhr. Falsch, soot fröhlich die Grüne. Ich hatte vier Minuten eingestellt und alle übrigen lachen schadenfroh. Entschuldigung, meldet sich Jonas höflich zu Wort. Ich will nicht unterbrechen, aber... Das war eine Unterbrechung! Kreischt ihn eine gelbe Uhr an. Wie höflich du das auch gemeint haben magst! Es ist überlebenswichtig, wendet Jonas ein. Ich suche die Taschenuhr von meinem Urgroßvater. Was geht es uns an, was du suchst? Keift eine pinkfarbene Eieruhr. Wir sind beschäftigt! Das sieht mir aber nicht nach ernsthafter Beschäftigung aus. Das scheint mir eher eine Art Freizeitvergnügen zu sein. Freizeitvergnügen? Die kleine pinke Eieruhr betont jedes Wort. Hier im Uhrenland gibt es keine Freizeit. Hier hat alles mit Zeit zu tun. Die Gruppe tickt zustimmend. Klar, natürlich. Jonas wird ungeduldig. Trotzdem, ihr müsst mir helfen, ins nächste Level zu kommen. Meine Urgroßvater Taschenuhr hat dort irgendwo eine Bombe deponiert. Eine Bombe? Kreischen alle elektrischen Eieruhren im Chor und spritzen wie auf Kommando auseinander und jede wischt in eine andere Richtung davon. Alleine macht sich Jonas weiter auf die Suche. Schritt für Schritt. Immer schwerer fällt ihm das Vorwärtskommen. Der Boden wird zunehmend sandiger. Plötzlich geht sein Fuß ins Leere. Er stürzt vornüber, in einer Sandkuhle. Verblüfft muss er mit ansehen, wie eine große Glasglocke sich über ihn senkt und ihn einschließt. Direkt über seinem Kopf gibt es eine Öffnung im Glas, kaum größer als ein Daumen. Sie führt in eine zweite Glaskuppel, die gefüllt ist mit Sand. Hey, wo bin ich hier gelandet? wundert Jonas sich. Schon rieselt leise feinkörniger Sand auf ihn herab. Jonas versucht mit der Hand die Öffnung zuzuhalten. Für einige Sekunden gelingt es ihm. Doch dann rieselt der pudrig feine Sand weiter zwischen seinen Fingern hindurch. Auf allen Vieren erkundet er die Kuppel. Ich muss hier raus, beschließt er. Mit dem Fuß tritt er kräftig gegen die Glaswand. Nichts geschieht. Er schlägt mit beiden Fäusten dagegen. Er setzt seine Fingernägel ein. Nicht mal ein kleiner Kratzer zeigt sich. Das Glas ist viel zu dick. Er ist gefangen. Wenn der Sand aus der oberen Kuppel ganz herabgerieselt ist, wird der untere Glasbehälter gefüllt sein bis oben hin. Ich werde ertrinken, sagt sich Jonas. Ertrinken im Sand. Hey, ruft Jonas. Hey du! Glasgefängnis, was soll das? Lass mich raus! Hab ich mir gedacht, antwortet vorwurfsvoll eine hohlklingende Stimme. Du hast keine Ahnung, wer oder was ich bin. Dann verrat mir mal, wer oder was du bist! Schreit Jonas, während der Sand weiter auf ihn niederströmt. Schon lange bin ich aus dem Alltag verschwunden, erzählt die traurige Stimme der Glaskuppel. Hin und wieder werde ich benutzt, bei Podiumsdiskussionen oder in der Küche. Da gibt es mich dann in handlichen Ausführungen. Zwei Glasbehälter, verbunden durch einen kleinen Zugang, gefüllt mit allerfeinstem Sand. Man dreht mich einmal auf den Kopf und lässt den Sand von einem Gehäuse ins andere rinnen. In fünf Minuten ist er durch. Und die Sprechzeit ist um. Oder die Eierkochzeit. Na, wer oder was bin ich? Rate schön. Natürlich eine Sanduhr, erwidert Jonas Barsch. Ich bin nicht blöd! Hat deine Mama so eine Uhr im Haushalt? Was spielt das für eine Rolle? Jonas wird langsam böse. Du hast jetzt lang genug mit Sand gespielt, lass mich raus! Nein, widerspricht die Stimme der Sanduhr. Die Taschenuhr deines Großvaters hat recht. Du hast deine Lektion noch nicht gelernt. Jonas wird wütend. Was soll der Unfug? Ich habe nicht nach einer Lektion gefragt. Ich will auch keine Belehrung. Ich wollte bloß mal sehen, wie in der Nacht der Zeitumstellung die elektrische Küchenuhr eine ganze Stunde wie nix wegrotiert. Ich wollte nur ein bisschen Tourist spielen im Uhrenland. Mehr nicht! Was machst du oller Ticker da für eine mega Geschichte draus? Denke über meine Worte nach, sagt die Sanduhr sanft und schweigt dann. Leise rinnt ihr Sand weiter durch das Loch, über Jonas' Kopf in die Kuppel. Was soll er tun? Wie kann er entkommen? Das Glas ist zu stabil zum Zerschlagen. Mit Argumenten ist der Uhr nicht beizukommen. Und ob ihm von außen jemand zu Hilfe kommt, ist fraglich. Ich bin auf mich allein gestellt, sagt sich Jonas. Er denkt nach. Wie ist er in diese Lage geraten? Er ist gestolpert und in eine Sandkohle gestürzt. Dann hat sich die Glaskuppel von oben über ihn gestülpt und im Sand gefangen gesetzt. Genau. Die Kuppel war unten offen. Das heißt, er muss sich bloß einen Tunnel graben und unter der Glaswand herkrabbeln? Dann ist er raus. Sofort beginnt er mit beiden Händen Sand zu schaufeln. Tief und tiefer gräbt er. Es ist gar nicht so einfach. Der Sand ist sehr fein und läuft immer wieder zurück in die Grobe. Dazu rieselt ständig neuer Sand von oben herunter. Jonas verdoppelt seine Anstrengungen und sein Tempo. Jetzt ist das gegrabene Loch so tief, dass er den unteren Rand der Glaskuppel sehen kann. Er beeilt sich noch mehr. Mit Händen und Füßen arbeitet er fieberhaft. Jetzt hat er den Glasrand so weit freigelegt, dass er seinen Kopf drunter durchstecken könnte. Aber das reicht ja nicht. Er muss mindestens die Schultern durchbekommen. Hektisch gräbt er weiter. Unbarmherzig rieselt Sand nach. Ich schaffe es nicht, heult er auf. Nein, ich schaffe es nicht. In einem Wutanfall springt er auf, packt mit beiden Händen den Rand des Glases und hieft mit einem Ruck die ganze Kuppel in die Höhe. Ein Stück nur. Die Sanduhr steht schräg. Der Spalt zwischen Glasrand und Sand ist groß genug. Jonas wirft sich zu Boden, rollt auf den Rücken, taucht mit Kopf und Schultern unter dem Glas durch, schiebt mit Händen und Füßen nach und ist durch. Raus aus dem Gefängnis. Wow. Aufatmend steht er auf, klopft sich den Sand aus dem Schlafanzug. Dann gibt er der Sanduhr einen herzhaften Tritt. So, schnauft der Böse. Meine Lektion für dich lautet, ein Mensch ist intelligenter als eine Sanduhr. Merkt ihr das? Er wendet sich ab und läuft weiter. Das Gesetz von Uhrenland. Buff. Jonas ist mit der Nase voll gegen den Hindernis gerannt. Verwirrt rappelt er sich vom Boden auf und starrt das riesige Ding an, das ihn den Weg versperrt. Ein großformatiger Wand-Abreißkalender. Das vorderste Blatt ist der März und zeigt das Foto eines schwarz-weißen Kätzchens, das niedlich hinter einem Wollknäuel hervorschaut. Grüß dich, blubbert der Kalender undeutlich. Das wollte ich dich gerade fragen, erwidert Jonas. Ich fürchte, ich bin total falsch hier. Da hast du recht, sagt Jonas. Hier ist das Uhrenland. Panisch lässt der Kalender seine Blätter rascheln. Heiliges Tempodrom, heult er auf. Ich hab die Zeitschranke durchbrochen, ich muss unbedingt zurück ins Kalenderland. Was werden nur die Jahresringe von mir denken? Und er flattert davon. Jonas sieht ihm so lange nach, bis ihn die Dunkelheit verschluckt hat. Welchen seltsamen Gestalten werde ich noch begegnen, fragt er sich. Halt! Ruft jemand. Und da steht Jonas ihr tatsächlich gegenüber. Der Taschenuhr seines Urgroßvaters. Allerdings ist sie sehr viel größer als heute Nachmittag. Sie steht aufrecht vor Jonas und reicht ihm bis zur Brust. Die Kette hat sie um sich herum gelegt wie eine Katze ihren Schwanz. Wie kommt es, dass du so riesig bist? fragt Jonas überrascht. Ich bin über mich selbst hinausgewachsen, bellt die Taschenuhr. Und weißt du wieso? Weil ich eine Mission habe. Auch wenn es jetzt Handys gibt, wir Uhren sind nicht unnütz geworden. Wir sind nicht bloß formschöne Sammelobjekte ohne Funktion. Wir haben immer noch ein Recht zu ticken. Und wenn es keine Batterien mehr gibt, werdet ihr froh sein, dass noch Uhren existieren, die man mit der Hand aufziehen kann. Jonas hört gebannt zu. Ich werde dich lehren, was es heißt, Uhren zu unterschätzen, verkündet die Taschenuhr drohend. Ich sorge dafür, dass alle Uhren im Uhrenland stehen bleiben. Dann funktionieren draußen auf der Welt auch keine Zeitmesser mehr. Keine Tresore mit Zeitschloss, keine Verkehrsampeln mit Schaltautomatik, keine Schulen mit Pausenklingeln. Das totale Chaos wird herrschen. Und warum? Weil du mit deinem blöden Handy angeben musstest, weil du mich nicht wertgeschätzt hast. Du tickst wohl nicht richtig, gibt Jonas der Uhr Contra. Das kannst du nicht machen. Bloß, weil ich dich zu schnell beiseite gelegt habe. Klar kann ich das, zischt die Taschenuhr rachsüchtig. Wir sind im Uhrenland, hier gelten andere Regeln als draußen. Hier herrscht das Gesetz des Tick-Tack-Tick-Tack. Du bist verrückt, brüllt Jonas und stürzt sich auf die Taschenuhr. Zusammen rollen sie über den Boden, ringen, verbissen miteinander. Einmal ist Jonas oben, einmal die Taschenuhr. Jonas gewinnt schon die Oberhand, da merkt er, wie sie ihre Kette um seinen Hals schlingt, wie es eng und enger wird. Hey, röchelt er, will sie wegzerren mit den Händen, doch ihre Glieder halten fest. Jonas schwinden die Sinne, er sinkt nieder. Etwas berührt sein Gesicht, ist fort, ist wieder da. Ein Flattern. Kuckuck, Kuckuck. Der Uhrenkuckuck, der Vogel aus der Kuckucksuhr, der sich freigenommen hatte, fliegt enge Kurven um die beiden Kämpfenden, versucht sie zu trennen. Jonas spürt, wie die Kette um seinen Hals locker wird. Er greift zu, wickelt sie ab, atmet wieder frei. Mit neuer Kraft zwingt er die Uhr zu Boden, kniet auf, ihr fesselt sie mit ihrer eigenen Kette. Gibst du auf? fragt er keuchend. Ja, ja, ich gebe auf. Er widert die Taschenuhr leicht hin. Der Kuckuck landet auf Jonas' rechter Schulter, sortiert sein Gefieder, zupft Jonas zärtlich am Ohr. Jonas wendet ihm das Gesicht zu. Danke, flüstert er erschöpft. Das war Rettung in letzter Minute. Jetzt mach aber, dass du heimkommst, in deine Uhr. Hopp! Der Vogel breitet die Schwingen aus, dreht noch eine Runde um Jonas' Kopf, dann fliegt er davon ins diffuse Dunkel. Jonas erhebt sich, schaut zufrieden hinunter auf die Taschenuhr. Gut, mich hast du überwunden. Die Bombe aber kannst du nicht stoppen, flüstert die Taschenuhr sanft und zornig zugleich. Das schaffst du nicht, nicht in zehn Minuten. Die unerbittliche Stoppuhr Jonas rennt los, einen neuen Gang entlang. Unerwartet schnell steht er vor der Treppe, die ins nächste Level führt. Was soll schwierig daran sein, eine Treppe hinaufzusteigen, wundert er sich. Treppen sind doch kein Problem. Rasch setzt er einen Fuß vor den anderen. Eine Stufe, noch eine Stufe, drei, vier, fünf, vorwärts, aufwärts. Er kommt gut voran. Zehn Stufen, elf, zwölf, doch plötzlich. Er betritt die sechzehnte Stufe, kippen die Stufen nach hinten um. Sie stellen sich schräg und die Treppe wird zur Rutsche. Jonas fällt hinten über und saust die eben hinaufgestiegenen Stufen wieder hinunter, bis zum Fuß der Treppe. Verwirrt beobachtet er, wie die Stufen sich nun wieder waagerecht stellen. Ein gespenstisch klingendes HAH! lässt die Herrchen in seinem Nacken sich aufstellen. Jonas dreht sich um. Dort hat sich eine Stoppuhr aufgebaut. Höhnisch erklärt sie ihm Zu langsam, mein Junge! Mit der Laufgeschwindigkeit schaffst du es nie bis oben, bis aufs nächste Level. Du hast keine Ahnung, wie schnell ich rennen kann, zischt Jonas. Rennen und Treppensteigen, das sind zwei verschiedene Disziplinen, erläutert die Stoppuhr. Aber versuch es nur. Versuch es so oft du magst. Ich habe meine Anweisung. Fünfundvierzig Sekunden, dann klappen die Stufen weg. Daran halte ich mich. Schließlich bin ich eine echte Stoppuhr. Verlässlich, tausendfach erprobt, unbeirrbar. Dank der Schweizer Quarzsteuerung. Wenn du die Treppe in vierundvierzig Sekunden bezwingen kannst, bist du oben. Schaffst du es nicht in der Zeit, wirst du immer wieder runterrutschen. Also bitte, probier es ruhig. Ich nehme die Zeit. Unerbittlich gibt die Stoppuhr das Kommando. Und los! Jonas startet. Diesmal nimmt er nicht jede Stufe einzeln. Er überspringt eine, nimmt die nächste, hastet hoch, übergeht zwei Stufen, hüpft, springt, jagt hinauf. Da kommt das Ende der Treppe in Sicht. Noch ein paar Stufen. Gleich! Doch es reicht nicht. Die Stufen stellen sich schräg. Jonas versucht, sich anzuklammern, sich mit Händen oder Füßen irgendwo festzuhalten. Er rutscht wieder bis ganz an den Fuß der Treppe zurück. Dabei hat er es fast geschafft. Er konzentriert sich nur auf seine Füße. Hoch, hoch, hoch. Rasend schnell springt er, stürmt in die Höhe. Noch rechtzeitig erreichen und entschärfen? Zeit für die Bombe. Kann ich helfen? Erkundigt sich eine sanfte Stimme. Nein, nicht du! Schreit schneidend die Stoppuhr. Das ist unfair! Jonas schaut auf. Hallo. Eine andere Uhr, kompakt, geschäftig, mit mehr als einem Ziffernblatt ausgestattet, begrüßt ihn zuversichtlich. Bist du Jonas? Die Sonnenuhr schickt mich. Ich bin Airi, die Fliegeruhr. Jubelnd springt Jonas auf. Ja, du bist genau das, was mir jetzt fehlt. Die Fliegeruhr erklärt Jonas, was zu tun ist. Er muss sie fest in die Hände nehmen und darf nicht loslassen, ehe sie wieder gelandet sind. Sachte erheben sie sich in die Luft, schweben hoch und überwinden, sozusagen im Fluge, die Treppe und ihre unbarmherzige Wächterin die Stoppuhr. Jonas steht auf dem nächsthöheren Level, in einer riesigen, runden Halle. Jetzt erwartet ihn die letzte Aufgabe. Die Bombe finden und unschädlich machen. Ein gewaltiger See nimmt fast das gesamte Level ein. Dieser See wird ringsum von einer Mauer begrenzt, Jonas bis zum Knie reicht. Mitten im See ragt eine gigantische, würfelförmige Uhr aus dem Wasser. Ist sie das Herz des Uhrenlandes? Bin ich hier im Zentrum? Ruft Jonas zum tickenden Ungetüm hinüber. Aber sicher, donnert die Stimme in seine Ohren. Trotz ihrer Lautstärke klingt sie gutmütig. Und ich werde Turmuhr genannt, wegen meiner stattlichen Größe. Findest du nicht, dass ich so groß bin wie ein Turm? Jonas nickt. Er rennt am Seeufer entlang den schmalen Pfad zwischen Mauerrand und Hallenwand. Er will den Turm umrunden, doch so viel Zeit bleibt ihm nicht. Wo steckt die Zeitbombe? Am Ziffernblatt, das kann er von hier aus erkennen, hängt sie jedenfalls nicht. Das einzige, das er erkennt und das ihm Sorgen bereitet, ist die Uhrzeit. Es ist sechs Minuten vor drei. Hey, Turmuhr, hallo, ruft er übers Wasser. War vorhin nicht eine alte Taschenuhr hier? Doch, ich hatte Besuch, von einer Taschenuhr, genau. Wieso fragst du? Sie hat hier irgendwo eine Bombe versteckt. Hast du eine Ahnung wo? Das nicht, antwortet die Turmuhr. Aber du irrst dich, wenn du glaubst, ich wäre das Ziel ihres Anschlags. Und warum nicht? Der See ist es, den will die Taschenuhr treffen, erklärt die Turmuhr. Du hältst diese Flüssigkeit, aus dem er besteht, für Wasser, nicht wahr? Tunk deine Hand mal hinein. Jonas setzt sich auf den Mauerrand und berührt mit den Fingerspitzen die Oberfläche des Sees. Zugleich breiten sich kleine Wellen ringförmig aus. Jonas zieht die Hand zurück. In der Tat, das Wasser kommt ihm seltsam vor. Das ist kein Wasser, das ist die Zeit, sagt die Turmuhr. Und sie fühlt sich samten an und federleicht. Du musst wissen, hier im Zentrum mündet der Strom der Zeit, der überall durchs Uhrenland fließt. Und eigentlich läuft die Zeit in den Tiefen des Sees unterirdisch ab. Im Moment jedoch nicht. Der Lauf der Zeit ist angehalten worden. Du siehst ja, der See steigt in die Höhe. Bald hat er die Begrenzungsmauer überwunden und läuft über. Das ist das Ende. Denn dann entgleist die Zeit. Es ist möglich, dass dann verschiedene Zeitebenen parallel laufen. Dass du gleichzeitig am selben Ort mehrfach existierst. Das ist nicht gesund. Weder für dich, noch für die Zeit. Und deshalb darf das einfach nicht sein. Wie konnte es dazu kommen, dass der See nicht abfließt? Jemand muss das Ventil geschlossen haben. Die Taschenuhr? Wahrscheinlich, bestätigt die Turmuhr. Du musst das Ventil wieder öffnen. Das geht nur von der Kontrollstation aus. Die musst du suchen. Sie ist hier irgendwo in die Mauer eingebaut. Wo, das kann ich dir nicht sagen. Du musst nur den Eingangssensor berühren. Jonas erhebt sich, schaut die Mauer entlang, links, rechts. Überall sieht die Mauer gleich aus. Grau, unscheinbar. Nirgendwo macht sich ein geheimer Eingang bemerkbar. Jonas wandert an der Mauer vorbei, achtet auf jede Unebenheit. Er berührt den Stein. Mehrfach. Nichts passiert. Ihm bleiben noch fünf Minuten. Weiter. Und dann blendet ihn ein Lichtstrahl. Jonas stoppt. Das Licht läuft über sein Gesicht, hinunter an seinem Körper, über dem Boden und bleibt schließlich auf einer bestimmten Stelle der Begrenzungsmauer stehen. Jonas legt seinen Zeigefinger auf den Punkt. Ein Klicken ertönt und ein äußerer Teil der Mauer klappt auf und gibt einen Blick frei auf das immense und intensive Innenleben der Kontrollzentrale. Das Licht erlischt. Danke, Sonnenuhr! schreit Jonas, denn sie muss es gewesen sein, die ihm mit ihrem Spiegelchen geholfen hat. Bevor Jonas sich nun mit der Steuerung des Ventils befasst, wirft er einen Blick auf den See. Die ersten kleinen Wellen spülen über die Mauer. Er muss sich beeilen. Schon will er einen Fuß in die Kontrollzentrale setzen, da versperren ihm unübersichtliche, stehlerne Verstrebungen den Weg hinein. Große, mittlere und kleinste Räder drehen sich und arbeiten und schnurren durcheinander. Wie soll er sich einen Weg durch dieses Durcheinander bahnen und sich zurechtfinden? Unmöglich! Jonas schaut am aufgeklappten Mauerteil vorbei über den See und ruft hinüber zur Turmuhr. Wo genau finde ich den Schalter, der das Ventil öffnet? Keine Ahnung! schallt es zurück. Da versammelt sich zu seinen Füßen unerwartet eine Horde neonfarbener Gegenstände. Die elektrischen Eieruhren. Was macht ihr denn hier? wundert Jonas sich. Wir sind viele Uhren und wir sind klein. Wir können dir alle beim Suchen helfen, bimmelt eine orangefarbene Eieruhr. Gemeinsam finden wir den richtigen Schaltknopf in Nullkommanichts. Und schon schwärmen sie aus und wimmeln und klettern und durchforschen das Innere der Zentrale. Jonas wartet und lauscht. Hier ist es! Hier ist es! schellt es tief aus dem Bauch der Kommandostelle. Danke! Gut gemacht! lobt Jonas und taucht hinein ins Herz von Uhrenland. Durch Zahnräder, Kolben und Gestänge hindurch hangelt er sich von einem Gerüst zur nächsten Arbeitsplattform, bis ihm das Schild in die Augen fällt. Kurbel fürs Ventil, steht er in fetten Buchstaben. Zum Schließen nach rechts, zum Öffnen nach links drehen. Hurra! Ich hab's gefunden! Freut sich Jonas. Durch die rotierenden Räder hindurch greift er nach dem Rad mit dem Handgriff. Sofort erschüttert lautes Lachen die Zentrale. Alle Räder und Teile in der Nähe fangen an zu wackeln. Lass das lieber sein! Halt es durch das dröhnende Tick und Tack. Ich bin kitzlich! Tut mir leid, Zentrale! brummt Jonas. Das wusste ich nicht! Blitzschnell hat er die Hand zurückgezogen. Er muss diese Stelle umgehen. Bedachtsam nähert er sich aus einer anderen Richtung, reckt den Arm nach der Kurbel, berührt sachte den Griff. Die Zentrale schweigt. Jetzt versucht Jonas, die Kurbel zu drehen, links herum. Alle Kraft legt er in seine Hände und Arme, doch sie bewegt sich nicht. Nicht mal ein bisschen. Alleine wird er es nicht schaffen, diese Kurbel zu drehen. Das ist klar. Er ist einfach nicht kräftig genug. Keuchend muss er zudem mit ansehen, wie die Wand der Zentrale feucht wird. Wie Wasser dringt die Zeit ein. Mit Patsch, Patsch, Patsch tropft sie ihm auf Schlafanzughose und Pantoffeln. Der See ist dabei, überzulaufen. Jetzt ist alles zu spät. Jonas sieht sich suchend um. Niemand sonst ist bei ihm. Die Fliegeruhr ist längst wieder durchgestartet. Die Turmuhr steht fest mitten im See. Die Eieruhren haben sich zurückgezogen. Jonas ist allein. Jetzt klopft ihm jemand auf die Schulter. Jonas wendet den Kopf, torkelt zurück. Er steht sich selbst gegenüber. Bevor er zu Boden geht, fängt ihn jemand auf. Jonas schaut an den hilfreichen Armen hoch. Ein bekanntes Gesicht lächelt ihn an. Wieder er selber. Es gibt ihn dreimal. Stimmt also, was die Turmuhr eben erklärt hat. Wenn der See überläuft, entgleist die Zeit. Und er kann mehrfach existieren. Das ist jetzt seine Chance. Los, brüllt Jonas der Richtige. An die Kurbel, alle Mann! Und drehen, was das Zeug hält. Zusammen kriegen wir das geschafft. Drei Jonasse greifen in die Speichen der Kurbel, zerren, drücken, schieben. Links nach links! Und mit einem ohrenbetäubenden Kreischen dreht sich die Kurbel plötzlich wie befreit. Ja! Jubelt Jonas lauthals. Tief aus dem Herzen des Uhrenlandes dringt ein erlösendes Gurgeln herauf. Der Abfluss des Sees ist offen. Der Strom der Zeit kann wieder fließen. Uhrenland und die Welt sind gerettet. Erleichtert atmet Jonas durch, schlägt den anderen beiden auf die Schultern. Gewonnen! Ein Zittern geht durch die Kontrollzentrale. Dong! 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 Schlägt die Turmuhr. Drei Uhr. Die Sommerzeit beginnt. Mit einem Riesenschreck fährt Jonas hoch. Nass geschwitzt, aufgeregt. Er schaut sich um. Zuerst weiß er gar nicht, wo er ist. In irgendeinem Bett. Allein. Dann dämmert es ihm. Bei Onkel Erwin und Tante Marlies. Und heute Nacht, gerade eben noch, hat er das Uhrenland vor dem Untergang bewahrt, weil er rechtzeitig am richtigen Platz war. Und zwei andere Jonas ihm geholfen haben. Wow, was für ein Abenteuer. Oder hat er das alles bloß geträumt? Jonas wirft einen Blick auf das Tischchen neben dem Bett. Da liegt sein Handy. Es zeigt 9.17 Uhr. Ja, alles läuft wieder normal. Jonas schlägt die Bettdecke zurück, springt auf, rast die Treppe hinunter und in die Küche. Schon so früh wach? fragt Tante Marlies über den Rand ihrer Kaffeetasse. Du könntest doch ausschlafen. Du hast doch alle Zeit der Welt. Jonas schaut umher. Urgroßvaters Taschenuhr liegt auf dem Fensterbrett bei den Kräutertöpfen. Dort, wo er sie gestern deponiert hat, zwischen Basilikum und Brunnenkresse. Vorsichtig nimmt er sie in die Hand. Eigentlich sieht sie ganz hübsch aus, denkt er. Auch wenn sie nicht so viele Sachen kann wie sein Handy. Ich glaub, ich will sie doch, sagt er zu seiner Tante. Meine Freunde werden mich ganz schön beneiden. So ein spezielles Retro-Teil hat sonst keiner. Das ist etwas Hennesschen. Ich bin nicht so nichts damit. Das ist eingenerationinnen 스타일. Ich würde sie schon mal geworfen. Ich愿zi Alestrzy. Gratul-Teil im Allstate. Vielen Dank. 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 , 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